Die Wichtigkeit eines nachhaltigen Lebensstils von uns allen ist heutzutage eigentlich offensichtlich. Aber wir tun uns schwer, unser Leben entsprechend zu gestalten. Warum ist es so herausfordernd, wissenschaftlich belegte Fakten zu akzeptieren und in Richtung eines nachhaltigeren Lebens und Konsums zu gelangen? Vor allem als Lehrerin oder Lehrer oder in einer anderen Ausbildungsfunktion fragen Sie sich vielleicht, wie Sie Ihre Lernenden dabei unterstützen können, ein nachhaltigeres Mindset zu entwickeln und ins Handeln zu kommen. Es geht nicht nur um Fakten. Es ist umfassender und es ist mit unseren Werten, unseren persönlichen Erfahrungen und ebenso mit unserem philosophischen, kulturellen und spirituellen Hintergrund verknüpft. Im Rahmen des Erasmus-Projektes SysMind – Discovering a Sustainable Mindset arbeiteten acht Partner aus sechs unterschiedlichen Ländern gemeinsam an diesem komplexen Thema. Daher laden wir Sie nun herzlich dazu ein, sich in unseren MOOC einzuschreiben und mit uns gemeinsam zu entdecken, wie man die Entwicklung eines nachhaltigeren Mindset unterstützen kann. Vielen Dank! Vielen Dank.